Starten Sie auf unserer Homepage und finden Sie den Punkt Elektronische Medien. BackOnline finden Sie bei den Datenbanken. Bitte beachten Sie, dass ein Zugriff auf BackOnline mittels VPN-Tunnel nicht möglich ist. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist ein fairen Zugriff auf BackOnline nur mit individuellem Login möglich. Um einen Zugang zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Hochschulbibliothek. Wenn Sie sich im Hochschulnetz befinden, können Sie umgehend mit Ihrer Recherche starten. Um nur für Sie freigeschaltete Inhalte zu sehen, achten Sie darauf, den Haken bei UNSER bzw. Mein BackOnline zu setzen.